Hallo, willkommen zurück zu einem neuen Part von Trouble on Terrorist Town. Wir sind hier, die Leute alle aus den letzten Parts von Sub. Zwar Bernie, Sub, Daniel, Jung, ich mit aufnehmen will, namens Koper. Und wir sind hier auf der... wie hieß denn? Star-Verschein, oder? Star-Verschein, genau. Sub, tanzt ein bisschen? Ja, ich bin auch Jung, weil der macht auf Chaos. Ich habe nicht so etwas, das... Wenn ich noch was gehört, das sie was gesagt hat. Ich habe mich nur lachen gehört, kurz. In der Augen... Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich jetzt kurz lachen gehört. So, die Ticket passende Gizz. Ja, mein, 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 mein... hier wurde geschossen okay ich hab neben Mario geschossen und das ist es mal über die Münders und ich neben ihm geschossen Euro warum schießt er noch nicht ich habe gerade gesagt neben dich geschossen ich bin aber auch nicht mehr zu sehen hat nämlich geschossen auf den großen Berliner so können wir nicht noch er hat hallo hofft dieser Zeit haben einfach mal und ja auch mal machen so wird vergessen sein ein Wort auszuschalten für und startet nach der Ausführung schon trotzdem getroffen finde ich Prozent 13 Gesundheit der Kanzler und nicht er nimmt mich gut du bist doch die Stimme bis kommen ein Geld in den Ausland nun nicht okay die Gäste und von Funktion warum liegt hier Blut um und die schon gut okay das will ich das Blut für Erklärung sie kannst du wie kann in der einen Blut liegen werden die im Ziller Eingang also ist gut das einfach Ich bin gefallen. Ich bin gefallen. Wie? Da ist wahrscheinlich der runter gesprungen. Aber es ist im Haus. Wie kann man da fallen? Es ist im Haus, hier. Da unten liegt das. Du kannst ja theoretisch von hier vom Gelände runter springen. Macht aber auch keinen Fallschaden aus der Höhe. Keine Ahnung, Ben kriegt es immerhin irgendwie. Mich wundert da nichts mehr. Werne würde sogar schaffen, aus einem Meter Höhe Fallschaden zu kriegen. So, von schon Berni Nescht auch überall unterfällt. So, ich würde Berni aber nicht so lange leben, glaube ich. Okay, okay. Okay. Irgendwo unten, ich glaube, im Labyrinth. Gut, dass ich das nicht bin, obwohl ich 33 Leben habe. Ich bin im Haus. Beziehungsweise irgendwo Labyrinth-Eingang irgendwo dagegen irgendwo unten auf den Schatz. Schatz im Haus auch gehört. Da wurde schworr im Haus in der Zeit. Wenn Berlina volles Leben hat, dann ist es jeden Fall. Ich hab mich vorhin auch Richtung Villa gelaufen. Eh, ich gehe mal rein. das Helfer aber ich meine wenn es um wenn sonst alle noch da sind der Jung Jung warum die Mauer orange vor welchen angeschossen habe es wieder von live und das stimmt nicht wieder noch mal getrunken hat schon noch geholt stimmt das ist gesprungen ich bin das aber nicht im Kopf aus da werden die Zeit auf mich okay wenn ihr uns nicht okay er wird jetzt wieso so wenig Schösser aber weil ich mich erschrocken hatte und er hat dann halt weiter geschossen okay für die Mindestpunkte erst mal Daniel bei einer von uns dreien ist es mal ja das glaube ich nicht Daniel macht sich schon ziemlich hartverdächtig aber wir kennen ja seine Schreck fällt mir grad schwer irgendeinen zu benennen von euch bei weil ich aus meiner Sicht das war auch die Runde auslaufen aber das ist aber doch für Marazin hier ins Messer ausgeliefert ist wegen halt für unwahrscheinlich da für mich ist in meinen Augen ich nicht bin müsste Kopa sein ich bin es halt nicht Kopa kommt schon wieder ja er schießt schon auf mich oh shit nicht so cool wie ging das denn Oh ne, nicht trinken, guck mal. Wir sind jetzt aber nicht so geil. Alle Chancen müssen erhöht werden. Oh fuck. Oh fuck. Alter, wie hab ich das geschafft, ey? Ja, was hab ich auch fast. Ach so. Ja, das ist echt ein toller Start. Ich komm gerade wieder ins Zimmer, bin angeschossen. Ich schwöre, dein Name ist aber nicht zu sehen bei mir. Ja, aber wenn man direkt noch frisch ist, die Hitbox, glaub ich, ein bisschen größer. Aber werden dann... Ich stand ja direkt vor mir. Wer hat dann Hamburger Feelings in einem, ging schon. Take the things broken wings and learn to fly again, learn to be so free. Ja, ne Hamburger Feelings, nicht Gay Feelings. Okay. Ne, ich hab das jetzt gesungen wegen Weiss City, weil... Das hab mich wieder schlussend. Was ist das, was ich mir gerade erinnert? Boah. Jawohl. Er war ne Kommentare dazu. Na, das hat einfach rülps. Ist das, Mario? Der erstmal random rumschießt. Kenker Mario. Nicht zu weissers. Na gut, dann hat Marion, macht auch keinen Unschädig. Oh, Daniela reist wieder kurz. Oh, oh, oh. Oh, so stimmt der. Oh, oh, so. Au. Er darf ja nicht auf den Tisch von Ricardo Dias drauf springen. Da bekommt er ja eine Chance. Ja. Sag good night, Mr. Dias. Boah. Wer hat ne volle Farm, was? Liegen das, ne? Das ist Idiot. Mein Bruder. Wie bei C-Chair, den die gealle Feuerwehr hatte. Ne, übrigens hast du was denn da passiert? Bist du runtergefallen, oder was, oder? Nein, der Tisch macht dir einfach Schaden, du Lappen. Ne, ne, in letzter Runde, wo du meintest so, oh fuck, wo wir uns dolliert hatten... Ich bin irgendwie rückwärts über das Gelände drüber gelaufen, und dann hattest du mich auch nochmal angeschossen. Goal. Ich kann mir nicht machen was. Ah, okay, na, ist das Griechenherzschotter. Ich hab mich schon eingesperrt. 3, 2, 1. Werb Kuppa gehört schon mal ein und die Garage aufmachen. Oh, hängst du da fest, will ich auch mal festhängen. Ja. Ich mach das schon nicht. Aus Wissensgründen mach ich das, aber ich krieg Schaden. Ähm, ich würde ja nicht runter springen. Ich krieg da viel Schaden? In welcher Garage bist du denn? In Rechner oder Linke? Ja, die Linke. Die Linke. Linke. Vorsicht, das Daniel. Daniel. Danke. Oh, da ist auf jeden Fall ein Traitor-Floß-Hub, Daniel. Oh, da sind beide Traitor sogar. Ich hab's Detektiv. Nein, ich bin interessant. Hier ist abfolge mir, ich hab ein Magnetistik. Was hast du? Ich hab ein Magnetistik. Oh ja. Ich werde ihn benutzen. Hm. Warte. Oh ne, jetzt könnte ich ihn hinterher fressen. Äh, okay, man kann ihn irgendwie in die Luft schleudern oder so. Na ja. Wer von euch, ich möchte mal ihm sagen, mich wollte einer umbringen. Okay, und wie? Einer hat aufs Dach ne Disco, also direkt unter das Dach, wo ich draufstand ne Disco geworfen. Und nun zum Glück stand ich in dem Moment nicht mehr da raus. Wahrscheinlich, Bernie. Wo ist der überhaupt? Keine Ahnung. Da suche ich schon die ganze Zeit. Ne, wahrscheinlich ist er schon tot, weil er eh nicht sagt. Sag doch, ne gut. Ne, warte, Bernie, sei denn bei einem Trader-Tester. Und er hat einen Scheiter. Und schaut gegen die Wand und sagt, er aber nicht. Ja, die Disco nicht. Aber einer wollte mich grad... Ein paar Bern. Guck an, was nicht. Also ich war bei deinen, da hat die Disco was auch nicht gesagt. Und ich hab unten ins Treppenhaus ne Disco reingeschmissen, aber nicht da oben. Vielleicht hat Junge ne Disco auf die Position geworfen, um sich schon um zu machen. Natürlich. Ey, Bernie, Bernie. Bernie hat das schon wieder auf mich gezielter Wechsel. Wenn wir einen Headshot geben. Ich verdächtige Bernie, eines Traitors. Ja, ja. Aber was ist denn der? Ich seh den von hier nicht. Der ist ganz hinten an der Straße. Ganz, ganz, ganz weit hinten. So dass man ihn nicht sehen kann. Ja, ich würde ihn gerne wegballern. Also ich bewege mich von ihm weg und er ist die ganze Zeit im Zielmodus mit der Sniper in meine Richtung. Ja, dann mach den doch weg. Ach du hast keine Sniper, ne? Dann erledige echt das für dich. Ja, mach das. So, Bernie, komm. Warum kommst du hier hoch, Flo, obwohl du weißt, dass ich hier oben bin? Doch, weil du irgendwo kommst. Kannst du irgendwas machen? Kann ich nur auf einem Punkt stehen hören. Ah, Grapple-Hook, Bernie! Was? Was? Hast du hier Grapple-Hook? Nein. Okay, Bernie ist Traitor. Ich hab's doch gesehen. Er hat hier zu mir gehuckt. Ja, ja. Ich hab den Hook gesehen. Wo, Sub, wo? Wie offensichtlich ist Bernie da hinten? Er kam von... Ja, Bernie war da hinten. Er ist 100% der erste Traitor. Flo, warum bist du denn schon wieder hier bei mir? Ja, was soll ich machen? Irgendwas soll ich machen? Irgendwas soll ich dich vom Dach hier. Ja, bist du hier der Chef oder was? Hey, Daniel. Ich bin ich die ganze Zeit, ich bin proven. Ja, ich hab schon Bernie, ich richtig geschehen. Ja, ich hab auch grad gedacht, wer ist Bernie. Nee, nee. Ich glaub, Flo will mich die ganze Zeit machen. Ich glaub, Flo ist der anderen. Phantom-Term. Aber Bernie ist ja schon mal proven. Das Seuchzen hilft ja nur. Wie kann man das nur so auf dem Sichtling machen, ey? Als Traitor würde ich nur den Grappler benutzen, wenn ich schon... Der muss immer noch da hinten sein. Ich seh ihn nur noch nicht. Wenn man auch 100% confirmed ist. Ach, komm. Oh, sorry, 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 sorry. Boah, zum Glück hab ich nicht getroffen, ey. Wo, gibt's hier irgendwo nen Fluss oder so? Wo ich nicht so viel Fallschaden bekomme? Ganz, ganz. Na, komm, hier auf den Labyrinth. Ah, 31 Leben reicht. Äh, okay. Sag, was zum Radar? Ja, oh, ist der Overtime. Wow. Wow. Warte denn, steckst du wieder in der Ecke fest? Nein, nicht in der Ecke. Ich häng jetzt an der Mauer fest. Ganz in der Villa. Ja, den hat Bernie geschossen auf den Traitor-Tester. Hm, hm, hm. Ich werd schon wieder fast schocken. Und deswegen wird Bernie gerade fickerig. Aber ich häng, wie gesagt, ja. Wer war der Zweite? Ja, Bernie war schon tot. Keine Ahnung wie. Flo war der... Ich wusste das. Ja, Zweite. Warum hast du mich da oben nicht weggeballert? Obwohl ich dir in den Rücken zu... Wahrscheinlich ist... Wahrscheinlich ist... Wahrscheinlich ist Bernie in sein Boot gehockt. Ja, wahrscheinlich. Nein. So hab ich nur gesehen, Bernie missing in action. Na. Er sollst... Er wollte dir 30 Sekunden geben, Flo. Ja. War alles gut geplant, ja. Oh, Mann! Oh, nice, danke. Siehst du. Erstmal meckern und dann sehen automatisch. Ja, hab ich dir was Besseres gedacht, aber. Von... Das erinnert mich, dass du mich nicht weggemacht hast, Flo. Von Ne zu Yay Everybody Everybody Hey, One more time! Bernie ist grün! okay dass du es kontrollierst Daniels auch schön konfirmiert das ist sehr vertraut für dich Daniel, wir werden dir auch sofort glauben Daniel ist grün, jopp, wir sind beide in der Saison wir glauben dir sofort Daniel Irgendwann hat sich da einfach reingestellt, obwohl er ein rotes Tee überm Kopf hat ne, weiss ich ja, ja Daniel ist gerade das Lachen schön vergangen ne, ne stimmt schon so ja, Mario schreibt auf mich bist du das doch auch, oder nicht? ich bin's nicht au Mario ist Traitor, Mario ist Traitor warte, 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 warte für mich bist du das ich bin's nicht, ich bin Inno das riech au ja der ist Traitor confirm dir mal bitte, er liegt auf der Straße oder ich geh da hin dann lass mich da aber auch hin ich muss durchs Haus laufen ich bin schon vor dir da aber denkst du, wenn du in uns musst du mit den gegebenen Konsequenzen leben eines Surcides ich brauche aber ein bisschen, bis ich dahin komme oh warte, Junge, Junge, nicht da die ja, Junge, Junge sind Junge sind Junge sind hundertprozentig, schießt auf mich ich bin da nicht da oben bist du Aua fuck you sub oh oh sorry Flo der war bitter Flo war Detective naja, da Daniel äh, Dings da war äh, Daniel Inno war und Berni meinte, dass er grün ist aber Sub und Flo jung angegriffen haben bin ich mega verwirrt da sind wir, Daniel ist inkompetent oder, äh, andere Gegebenheiten aber Berni, der bringt nichts beim Fringe my little pony ja, da ist Daniel ja, das Sub ist shit, der Camper, ey hast du noch einen Credit Sub? ja, die, äh, der Cover war so schön verwirrt, ey ach, die sind doch alle tot, man hab doch grad gesagt, ich, Benni hast du noch einen Credit, den du mir senden kannst? ich bin low der hängt noch an der Mauer auf der Straße oh scheiße, wieso bin ich den genehmigt? oh mein Gott, wieso bin ich den boah, der Bush hat die ich kann durch den, der Bush schießt hält, hält meine Schüsse ab aber deine nicht George, W, buse Schwirr an der Mauer Oh, da hab ich ihn weggezogen na ja jetzt hab wohl ich auch noch Take These broken wings And you'll learn to fly You can Learn to be so free don't shi Sub, take these broken wings and learn to fly again, learn to be lovin' free. Oh fuck. Chill doch mal, Koba. Boah, Junge ist so fett, ich kann seine scheiß Leiche nicht bewegen, ey. Oh, what the fuck, jetzt hat's geleckt, ey. Jetzt konnte er ihn nehmen, Mann, Bullshit. Ich war eigentlich mega auf dem Kopf, ey. Ich kann aber auch seinen hässlichen Kopf nicht sehen, ey, oh Gott. Oh, ist n' der Def. Jetzt hat's voll geleckt, dann bin ich gestorben. Du hättest im Crouch-Mos mich auch einfach defibrillieren können. Ja, aber ich stand da genau oben drauf und Koba hat er ganz einfach... Ja, im Crouch-Mos hätte er dich nicht gesehen. Ja, das war mir ein bisschen zu unsicher, ich wollte es safe machen. Scheiß Lech. Hätt's ja probieren können, dich langsam vorcrouchen und dann hätt's ja gesehen, ob er dich auf dich geschossen hätte. Gut, hätte Headshot hätte er dich gekillt, aber... My little pony. Ja, der war sorry Flo übrigens, ne. Der war echt bitter. Ich war halb im Flug. Dann gibt Flo ihn Headshot. Hall. Flo? Finde ich okay. Ah, okay. Wenn ich tot bin, ist das Koba. Nein. Oh mein, Scheiße. Junge, das war zu spät. Jetzt haben sie es herausgefunden. Würde ich nicht sagen, Koba kill uns halt. Nichts, ey. Würde ich nicht tun, Koba. Verzieh dich. Mein Revier. Mein Revier. Sag mal getrunken. Sag, fest nicht mal, wenn du guckst mich an. So, ich weiß schon, wenn du da waren, was man. Okay. Daniel? Ich weiß, dass du es willst. Da hat einer getrunken. Ja, das war ich. Hast du einen Flopper geholt, Flo? Was zielst du auf mich? Ich hab nicht auf die. Du hast zuerst auf mich gezielt. Mein Spaß. Wofür das letzte Mal Detective war, war Daniel Traitor und noch jemand. Sollte Daniels niederkommen. Nee, das ist jetzt mal Detective, warum hast du Traitor? Nee, da bin ich runtergesprungen. Das war nicht hier auf der Map, auf den ganzen Fort Castle. Ich glaub, Daniels hat der zuerst auf mich gezielt. Dann hab ich geguckt, wo der ist und dann... Ja, mit einer Mackie auf die Entfernung. Auf jeden Fall meint es da. Er hat auf ihn gezielt. Ich gucken wollte, wer da oben ist. Ja, genau, warum? Aber ich gucken wollte, wer da oben ist. Wee! Ja, er ist neidisch schon auf mich. In dem Baugang geschossen, ey. Ach, hör mal. Sonst dürftest du jetzt gar nicht mehr reden, wenn ich ernsthaft gezielt habe. Was ist das denn? Und Daniels, du, das bin ich. Bitte kein Headshot, jetzt lege ich. Ey, Daniels hat guckt. Was ist dein Kumpel? Was für dich machen? Kupa, wenn du nicht sein Kollege bist, würde ich ihn machen. Okay, gut. Das ist ganz geltig aus. Ah, ich sag mal, 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 ich sag mal. Ich hab mir noch angehört, was? Ich hab mir, ich hab mir was piepen, ich hab me unterstützt. Wo? Im Haus. Im Haus ist ne sehr genaue Angabe. Anna-Kill mit naher Bombe. Ehhh. Bernie wusste, dass ich auf dem Dach bin, aber der würde nicht seine eigene Bombe verraten, aber wo ist es Bernie? Und Sam wusste auch, dass ich auf dem Dach bin. Ja, da Daniel. Ich war覆 deinen Beziehung. Ja, da Daniel und ich draußen waren. Ja, Daniel war draußen. Hi, jung. Hey, jung. Da Daniel nicht draußen waren. Moment, aber Daniel war nicht zu Beginn der Runde Nein, du bist vom Haus weggelaufen, hättest aber irgendwo am Anfang der Runde instant eine Bombe planten können, die auch sehr lange stehen können. Und deswegen bist du fährst du da rausgelaufen und hast da oben geguckt, ob ich da oben noch stehe. Das ist für die Frage, Bernie, wo genau im Haus die Bombe ist. Und dann ist es da gleich raus. Da plantet es, habt ihr gerne. Ich glaube aber, Daniel hat die geplantet. Ja, genau. Deswegen hast du auch gezielt. Ich würde ja auch. Ich würde ja auch sub-tippen. Die können es ja aber beide sein. Hast du gesagt, ich bin das? Wer? Nö. Ich habe gesagt, Sub und Daniel. Ja, ich habe gesagt, es könnten Daniel und ich sein. Ich habe verstanden, Jung oder Sub. Bernie, was willst du eigentlich hier oben? Also, Sub wusste, dass ich hier oben bin, Bernie wusste, dass ich hier oben bin, weil die sind bei dir hochgekommen. Die hätten sein können, aber ich bin sehr sicher, dass es Daniel war und der hat die sehr lange eingestellt, weil wir auch nicht mehr haben. Abgesehen davon, wie sicher hätte ich sein sollen, dass du da oben bist, als dass sie da hätte planten sollen. Wenn wir nicht, da wäre es... Nassige Planen, du hast geguckt, weil da oben... Wäre es gewastet gewesen, das wäre... Beam, 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 Beam. Beam auf mich übrigens, wollte ich sagen, der ist direkt bei mir hier oben auf dem Dach. Ich bin immer noch auf dem Dach. Ihr? Und dann ist es, glaube ich, nicht. Ich bin im Haus gewesen, Sub und auch im Aus, Bernie war auch im Haus. Das Einhastbetraterstor. Ich bin hier im Traitorstor. Den Kassupat aber nicht von Daraus geschossen am Kuppers Punkt. Einer vom Haus muss das sein. Ich glaube, Sub und der Berner, Berni. Okay. Ich muss keinem, aber bei ihm sind die Berne. Oh Gott, Sub, 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 auch noch von hinten. Ich meine, Daniel sind nicht. Kuppers, bitte mal hier Richtung Haus kommen. Bis noch alleine mit dem Traitor, ne? und die heilen sich gerade. Ja, scheiße. Sind außen da. Oh, haben noch einen gekehrt. Kuba, äh, Flo, wen hast du denn jetzt alles gekillt? Äh, nur Bernie. Aber draußen liegt noch jemand anderes. Ja, Daniel, für den Zap. Ich höre das so nah bei mir. Schön, wenn dein eigener Trailer-Partner deine Bombe verrät, mit der du die auf dem Dach klären willst, ey. Ja, äh. Bernie ist ein Smart-Boy. Boah, ey, da war ja wieder... Hätt ich gleich irgendwo runterspringen können. Das war echt so. Keiner hört die Bombe! Und Bernie sagt, da ist die Bombe. Also für mich war es schon ein Sub ab dem Moment. Für mich war es Sub der Bombenplanter. Sag jetzt nicht, dass wir... Bernie ist einfach nicht. Nein, einfach nicht. Ja, Bernie, welcher Trailer verrät eine Bombe? Wie willst du das rechtfertigen? Es gibt keinen Weg, wie du das rechtfertigen kannst. Das war ja keiner, die Bombe gehört hat. Na und du, als ob die... Ich wollte, siehst du, ich wollte dir sagen, wieso ich sie verraten habe. Ich gehe noch 10 Sekunden und Mario und die ganze Welt auf der komplett anderen Seite, deshalb habe ich sie von dort weglocken wollen und stich die Bombe hin. Ja, weil die Bombe ja... Die Bernd, der Jung ist ja klar, dass die Bombe jung gilt, dann hält er sich ja von da erst recht zu fährt. Weil er weiß, dass sie unter ihm... Außerdem siehst du ja die Markierung. Wenn du weißt, er ist da in der Nähe, dann sagt man nichts. Ja, ich war... Moment, aber soll ich dir mal was sagen... Aua, ich hab viel Schaden. Ähm, ich war gerade am anderen Ende des Hauses, weil ich gucken wollte, ob da einer drüben ist und dann wollte ich gerade wieder auf meinen normalen Spot gehen. Weil das ist ja klar, Jung vermutet ja dann, dass die Bombe unter seinem normalen Spot ist und deswegen geht er dann erst recht nicht rein. Und ich war gerade nur zum Scouten, ich bin da nur zum Scouten. Ich wollte gerade wieder auf meinen Spot gehen. Weil ich dann... Nächster, es macht einfach keinen Sinn die Bombe zu verraten, weil dadurch hast du für viele... Ein, aber wie schon hat die Story? Ja, dadurch hast du für viele schon... Für viele hast du dann schon Zapp direkt in den Fokus gedrängt und ähm... quasi halt alle anderen auch noch alarmiert. Also Zapp, der war Blended, aber ich hatte ja noch Daniel in den Verdacht, aber... Ja, die eigene Bombe, weil... Und die hat keiner gehört. Mhm. Und es waren einige im Haus. Es ist ja nicht nur, dass ich auf dem Dach war, es waren ja auch einige im Haus. Ähm, Detective, kannst du mal herkommen? Hm, wofür? Das hab ich doch gerade gesehen. Komm schon. Du bist nicht Detective! Ich bin Detective. Wer nicht, komm, ich bin nicht Detective. Wo warst du denn gerade, Kuba? Ich hab dich doch hier auf der Straße gesehen. Ja, ich bin auf der Straße. Ja, komm mal her. Achso, seid ihr wilder ins Haus, okay. Ich, ich proven. Ja gut. Ich bin holzdirt. Ich kann doch einen Golden Degel gegen mich schießen. Hahaha. Ja, dann bist du aber tot, das hilft uns ja nicht. Ich weiß. Ich bin holzdirt. Sag Bescheid, wenn du da bist, ich... Okay, ich war nicht mehr tot. Das ist in meinen Turtles. Hi, Jungen. Sag, das brennt euch. Oh! Was, Kevin? Was, Kevin? Wie, hi, Jungen? Wo ist Sub denn? Oh, ich ging auf die Garage. Ah, auf den Trailer dazu. Warte, wir sollten erstmal nicht hin, Kuba. Wir wissen nicht, wie der Radius ist. Wo, wo ist Sub denn? Wie sieht der mich? Guck, guck mal hier. Wo ist er? Geh mal in den Trailer-Test rein und guck nach hinten. Achso, das ist ein Fenster da. Oh, die, die, die... Benni, verpiss dich, ich will mich proven. Nein, ich bin zuerst hier. Kuba, komm, ich möchte rein und wo ich jetzt schon sehr proven bin. Ach, da! Kannst du mich von da... Ich seh deinen Namen. Ich will's nicht versuchen. Ich will's da auch noch versuchen. Achtung, Sub, Benni, geh zu mir. Wobei, ich bin hier drin. Oh, sorry. Benni, wie ist das? Kuba, komm bitte her. So, warte. Du, für mich bist du schon ziemlich proven. Wow, Benni ist inno. What? Sag, warum hast du den jetzt gekillt? Ja, weil der hier einfach rumgeschossen war. Obwohl der wusste, dass ich hier hinten stehe. Kann halt einfach rumgeschossen. Hat der geschossen? Weil ich hab nur deine Pump gehört. Ja, warte. Ich geh, ich geh ohne alles in den Tester rein. Flo steht vor der Tür. Ich bin fertig. Ja, Flo und Daniel. Jetzt hab wir jetzt nicht deine Waffen sofort weggeschoben können. Wir nehmen irgendwie den Nahkampf verschrieben. Ist besser, oder? Ja, du bist proven. Ich hab nichts anderes, Mann. Wo ist denn... Ja, warte. Wo ist Sub? Da liegt einer. Ja, Sub, da ist direkt Flo davor. Geht da nicht hin. Achso. Hier, warte. Für dich. Nee, warte mal. Wir machen was anders. Behalt du mal die Augen. Nein. Ich hab's gar... Die haben wir null gehört. Das war mega asozial. Die haben wir null gehört. Das war echt assi. Ich hab nur ganz leise gehört. Ewe, ewe, ewe. Ich wollte gerade warnen, aber es war schon zu spät. Das war mega Bullshit. Okay. Wie ist jetzt Flo gestorben? Hat Banny gekillt? Na, hat Dani gekillt? Okay. Ich hab da den Punktpunkt hier gebraucht. Das war auch aus. Oh, Kuba, wann bist Dani konfirm Flo? Ja, Dani ist nicht so fibrilliert. Ja, ich hab mal deine Punkte, ich hab grad nicht gekillt. Ja. Oh Gott. Warum hast du ihn nicht getickt, Kuba? Wem? Flo und Daniel waren die Letzten und Flo hat äh, Daniel hat Flo confirmed. Ja. Ich war doch zu gut. Ich war der Einzige noch missing in action. Ja, und ich hab ihn confirmed, weil er halt noch Punkte hatte und deswegen konnte ich mir dann den Defi kaufen. Ja, und deswegen hätte Kuba ja, Daniel ist da und war der letzte Trader und hätte killen können. Ja, ich wusste schon, dass Daniel ein Trader ist. Warum bist du hier gegangen? Hast du das defibrillieren gestoppt? Ich wusste nicht, dass er defibrilliert, also ich hab's, ich hab, ich wusste nicht, dass Flo schon tot war. Weil der hat die Trader confirmed. Ja, ich wusste aber nicht, wo die Leiche ist. Ich hatte keine Ahnung, wo die Leiche ist, wo Flo überhaupt gestorben ist. Ich dachte, da wartet jemand die ganze Zeit vor dem Eingang, deswegen war ich sehr vorsichtig. Ich hatte keine Ahnung. Ich war halt nicht, ich wusste weder, äh, wo Flo gestorben ist, noch wo die jetzt die anderen stehen. Ich weiß, Kuba, du warst inkompetent. Okay, chill. Das hat jeder von uns. Doch. Eines Tages wird jeder das von uns haben. Die Inkompetenz. Das ist eigentlich ziemlich verständlich, wie sie es geklärt haben. Aber egal. Und sie das auch immer zu Herzen. Ich find das süß. Deswegen ist es auch ein bisschen risikoreich, aber es hat sich halt... Aber nein, Kuba, nein. Das war einfach, du hättest schneller ticken müssen und zumindest die Leiche suchen. Du bist ja auf deiner Stelle stehen geblieben. Ich hab gar nicht gesehen, dass Flo konfirmt. Nein, Kuba. Du hast doch gesagt, äh, okay Flo, wie ist der jetzt gestorben? Du hast es doch gesagt. Ich hab aber gesehen, also ich dachte, das ist schon lange her, dass er konfirmt wurde. Weil ich hab nicht gesehen, wann er krank hat wurde. Wenn es gerade... Oh, da snipert einer. Aber trotzdem werden doch alle tot. Oh, die Schüsse gehen echt krank vorbei. Wie, da snipert einer. Ich schwarz. Ne, ne, das habt ihr ja gehört. Das sind die Siegelschotts von Jungen, Dani, da auf der Straße. Dani, 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 Dani. Dani ist das dann, Dani's Trailer. Ist der oben auf dem Dach von der Villa, oder? Ne, 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 ne. Hinter der Ecke, ich hab ihn. Flo ist aber leider auch gestorben. Ja, ne, das ist Kuba. Ja, ne, das ist Kuba. Kuba und Sat machen sich. Bitte. Ich hab gleich schießen sollen, als ich sein komisches Gesicht gesehen habe. Okay. Chill. Bist der dort wirklich so? Wollen wir tauschen, Jungen? Du bist besser mit der Sniper als ich. Ich hab sogar was cooles. Ich mein, gut, könnte ich jetzt auch vorwegpumpen von hier, aber... Ich geh einfach. Ich hoffe, du vertraust mir einfach. Ihr macht euch einfach, bitte. Na, dann muss Kuba entweder Snipern oder ich auch kommen. Obwohl hier den Spot da bin ich selber, den hasse ich. Deswegen bewege ich mich. Wenn Benni hier hochgeht, hasse ich das wie die Pest. Bennis Leiche ist auch entsorgt. Aua, Aukopas hier hinten, beim Haus. Unten läuft der Rumsab. Da, wo wir waren. Bist du jetzt von? Wo? Da, wo du nicht bist. Nice. Ruh. Da, Eno. On später. AA ATM Da, ÖU Auf, Was sind wir jetzt nicht genau? Oh, das ist nicht so geil. Was heilt das sich auch noch? Oh Mann. Jede Vorteil nutzen. Dann muss er dann in Ruhe, darf jeder Bernie zu, wie er seinen täglichen Arbeiten nachgeht. Oh, hi. Aua. Na, wo ist das denn jetzt nicht so cool? Du hast doch drüben vielleicht noch ein bisschen Vorteil. Nein. Oh Gott. Nein. Nice. Boah, Alter, Dani, du hast voll auf ihn geguckt. Aber ich habe ihn auf die Entfernung halt schlecht getroffen mit der Waffe. Nein, du hast voll auf den gerade an der Mauer geguckt. Ja. Ja, ich soll ja auch die Silent Fox aus der Entfernung. Aber ich dachte irgendwie, du hast mich zu sagen getroffen. Ey, weißt du, ich sag zu Sub, Sub hinten bei uns beim Haus. Dani, wo? Ja, ich seh. Boah. Ich meine, ich habe ja dann auch keinen gesehen gehabt, dass das kleine Haus ist da, wenn ich das spät draufkomme. Ich war eigentlich beim kleinen Haus. Ich war bei diesem großen Haus, wo man ein Snipers war, das war zwei, das Snipers war. Aber Haus ist halt, es gibt mehrere Häuser auf der Mauer. Boah, ich hab so eine Nase kränzen. Ja, es gibt so viele Häuser. Das habe ich nicht die ganze Zeit da hinten reden darüber. Wo? Hi, yo. Yo, yo, yo. Oh no, ich werde weit geschrotzt. Das fände ich aber nicht gut. Okay, cool. Fuck, ich wollte dich verarschen. Gebe her! Jetzt nicht, was? Schon wir jetzt verarschen. Du wolltest dich verarschen. Ich wollte dich hingen und im letzten Moment wieder klauen. Gebe her! Na, hol sie den. Wenn ich eine bessere Waffe finde, dann kriegst du sie wieder zurück. Du bist so ein Affenkopp, ey. Hier liegt eine Romero, die wurde aber weggenommen. Ja, vom Detektiv. Der darf das. Oh, da liegt eine Gagel. Die ist schon besser. Jetzt kannst du wieder haben, so. Nee, jung. Ja, kannst du mir mal, die hat die Eier knutschen. Okay. Bernie. Schon wieder. Mit der mit mir nun mal so kompetent wäre. Echt so? Irgendwohm Gebäude. Oh, der ja. Irgendwohm Gebäude. Also ganz stabil ist, dass wir heute nicht in die Trennung haben. Dem leckt ab und zu echt immer. Ich habe auch noch Internetprobleme, das spielt dazu und dann ist es bei mir doppelt so hart wie bei der anderen. Check mal oben, Junge. Ich gehe nach unten. Oh, da ist er. Ich habe ihn. Okay, nice. Ja. Und dann, zapp. Daniel, Flo, für mich. Ja, ihr beide. Ein auf neu. Ich möchte bitte erst keiner ausrufen. Oh, Flo, draußen am Haus. Okay. Loll, der ist nicht, er hat auf mich geschossen. Ja, Tarnchen. Ne, wirklich, er hat zuerst auf mich geschossen. Ja, weil er wohl glaubt, dass du das bist. Ja, aber ich bin's nicht. Oh Mann, Flo, ey. Kuba, Daniel, ne? Ihr wisst, was du zu tun hast. Alter, ich habe jetzt so die Herz der Theorie, aber scheiß, ob ich spiele jetzt noch jung. Ich spiele jetzt noch seinen Plan, aber wenn das jetzt wirklich so ist, dann... Boah, ich wusste es. Ach, Bernie lebt auch wieder. Das ist nicht so geil. Ich war voll live, Alter. Das bin ich nicht gekommen. Hm, wer weiß. Ich möchte Bungalows spielen. Ich habe, am Stoffel. Oh, nachdem Daniel die Reaktion hatte, war mega innocent für mich, ey. Aber er hat leider schon auf mich geschossen. Er hat die überhaupt aufgenommen, den Part. Aber war mein letzter Map, heute. Okay, Bernie ist das letzte Map, der war so ein bisschen. Ja, und damit sehen wir uns dann zu irgendeinem weiteren Part später. Ciao.